Hallo liebe Fische, herzlich willkommen zu eurer Botschaft, worauf ihr euch momentan einlassen dürft bzw. vorbereiten dürft. Also jetzt ist eine sehr offene Legung geplant, bei der wirklich alles durchkommen darf, was durchkommen möchte. Und da wir natürlich sehr heftige Veränderungen haben, besonders wie Fische, egal wo ihr die Fischeplatzierung habt in eurem Geburtshoroskop, das wären jetzt interessante Dinge, die in den nächsten drei Jahren sich verändern, durchkommen. Denn wir haben natürlich den Saturn, der jetzt bereits in unser Zeichen gewandert ist. Und ja, wir schauen einfach mal, worauf wir uns so durch vorbereiten dürfen. So, ich beginne mal mit. Orakelkarten, das mache ich selten, aber das heißt, auf dem deutschen Kanal mache ich das selten. Es tut mir leid, meine Karte miau im Hintergrund. So, wir haben abnehmender Halbmond im Widder. Durchlebe deine Gefühle. Interessant. Diese Karte ist mir, da ich meine Legung immer vorher liege, einfach um die Energie zu klären auch. Diese Karte ist bei mir auch schon rausgefallen. Also, ich lebe deine Gefühle. Was soll Fische wissen? Ach. So. Abnehmender Halbmond im Steinbock. Lass die Vergangenheit ruhen. Also, für mich bedeutet das hier, wir sind in einer sehr heilsamen Phase momentan für die Fische. Also, ihr dürft die Dinge jetzt durchleben. Und das muss nicht unbedingt angenehm sein. Es muss aber auch nicht schlimm sein. Denn es können Sachen sein, mit denen ihr gedachtet, schon abgeschlossen zu haben. Und daher kann es sein, dass dann nochmal ein letztes Aufbäumen ist, damit wir es endgültig verarbeiten können, abhaken dürfen. Und manchmal löst uns das für wunderbare neue Gelegenheiten. Also, indem wir etwas abstreichen können, von dem wir dachten, okay, das können Blockaden sein. Ich bekomme manchmal Kommentare, die sagen, ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Und das kann so etwas sein, dass etwas nicht vorangeht, dass hier noch so eine letzte Blockade ist, die unsichtbar ist für uns. Und gerade da jetzt der Saturn aus deinem zwölften Haus, wenn du natürlich Fische im Aszendenten hast, ich rate immer dazu, die Aszendenten auch zu schauen. Aber wenn du Aszendentfische bist, dann ist jetzt der Saturn aus deinem zwölften Haus ins erste Haus gelaufen. Und das erleuchtet sehr viele Dinge. Das zwölfte Haus steht für unsichtbare Dinge, für Rätsel und Geheimnisse. Unbewusstes, das wir nicht lösen können auf der bewussten Ebene. Und das kann jetzt noch einmal beleuchtet werden, um es abzuschließen und endgültig abzuhaken. Das kann, wie gesagt, die Blockaden, die du nicht gesehen hast, weil du denkst, ich habe doch alles getan. Das kann die letzte Blockade sein, die sich gelöst hat. Und danach ist es so, als würden sich alle Türen öffnen, als würden sich die Fenster öffnen. Die Frühlingsluft kommt herein, obwohl momentan ja nicht viel mit Frühling ist. Aber das kommt. Und ja, es ist ein frischer Wind. Und die Möglichkeiten öffnen, sehe ich. Das ist sehr, sehr schön. Vielleicht hätte ich damit anfangen sollen. Aber wir schauen einfach mal, wo sich denn jetzt die Wege hin öffnen, wo sich die Türen hin öffnen. Die sind etwas spezifischer, die Karten. Oh, wir haben ein neues Heim. Umzug ist ein Schritt in die richtige Richtung für dich. Also wenn du darüber nachgedacht hast, dir eine neue Wohnung zu suchen, umzuziehen, dann kann sich das jetzt öffnen. Vielleicht findest du das perfekte Heim für dich, die perfekte Wohnung. Vielleicht kommt auch Geld rein, sodass du dir ein Haus kaufen kannst. Also hier kann es etwas mit einem neuen Heim oder Haus zu tun haben. Dann haben wir Geburtstag. Vielleicht ist es dein Geburtstag. Die Antwort auf deine Frage hat mit einem wichtigen Geburtstag zu tun. Wir sind ja noch in der Fischesaison. Also vielleicht bist du ein Märzfisch. Dann herzlichen Glückwunsch. Das kann also mit deinem Geburtstag zu tun haben, dass sich hier etwas öffnet. Das können viele Sachen sein, aber vielleicht lernst du jemand sehr Wichtiges kennen auf deinem Geburtstag. Vielleicht feierst du und dann bringt jemand jemand anderen mit und du lernst eine neue Freundin kennen oder einen neuen Partner oder ähnliches. Also hier kann sich etwas öffnen. Und dann haben wir hier und das ist so witzig. Ist das nicht fast das Gleiche? Gestehe dir deine wahren Gefühle ein. Sei ehrlich mit dir selbst. Nur du weißt, was du wirklich möchtest. Wahnsinn. Und vor allen Dingen, es ist wieder so, ich liebe es, wenn ihr wisst ja vielleicht, dass ich so ein absoluter Liebhaber von Farbschemata bin in den Legungen, denn die haben was zu bedeuten. Und ihr seht vielleicht, diese Karten sind nicht alle in diesem Lila gehalten, sondern, also wir haben hier Indigo und Violett. Ich bin so mit Farben immer so, ich wurde immer ausgelacht von meinen Freundinnen früher, weil die gesagt haben, du bist so farbenblind, bin ich nicht, aber ich kann das tatsächlich nicht so auseinanderhalten. Und es ist aber auf jeden Fall so ein Indigo-Blau und ein Violett. Und da haben wir das Halschakra und das dritte Auge, das sich hier öffnen darf. Also Kommunikation darf sich hier öffnen und auch Intuition. Und indem wir hier gestehen, deine wahren Gefühle ein. Das kann auch etwas sein, was dir nicht bewusst war. Also hier kann beispielsweise sich ein Wunsch auftun, von dem dir nicht bewusst war, dass du ihn hast. Das kann sein, dass du gedacht hast, oh, ich bin sehr gerne Single und plötzlich öffnet sich hier ein Wunsch. Ich möchte gern wieder in einer Beziehung sein. Auch umgekehrt, du hast gedacht, ich bin sehr glücklich in dieser Beziehung und dann öffnet sich dir plötzlich, ich möchte wieder Single sein. Es kann auch sein, dass du sagst, eigentlich hatte ich die Familienplanung schon abgeschlossen, aber ich möchte doch noch ein Kind. Also hier, es kann auch mit Geburtstag zu tun haben. Also es können Dinge sein, die dir gefühlsmäßig nicht bewusst waren, die sich dir jetzt erschließen. Also indem sich jetzt hier einiges öffnet. Okay. So, und schauen wir mal. Worauf darf sich Fische jetzt vorbereiten? Wir haben die Fünf der Schwerter. Keine Sorge. Das ist die erste Karte. Oh, interessant. Dann haben wir die Sieben der Kälte. Die Zwei der Schwerter. Sehr, sehr interessant finde ich. Wow. Die Drei der Schwerter. Also sehr schwertlastig. Was ich sehr interessant finde, ist, dass wir hier, weil ich dachte zuerst, sie hat eine Augenbinde um. Auf den Fünf der Schwerter. Das ist aber, glaube ich, nur ihr Haar. Und dann haben wir direkt die Zwei der Schwerter gezogen, auf denen sie eine Augenbinde auf hat. Also hier löst sich etwas dir Unbewusstes. Etwas, was du nicht sehen kannst oder nicht sehen konntest bisher, weil du, ja, weil du plötzlich die Möglichkeit zulässt, dass dir da tatsächlich etwas fehlen könnte, dass du deine wahren Gefühle zulässt, das kann eventuell etwas schmerzhaft sein. Möglicherweise auch, wenn du sagtest, ich möchte keine Kinder und jetzt plötzlich hast du Bedürfnisse, aber es geht nicht mehr. Das kann schmerzhaft sein. Aber auch hier ist es wichtig, dass du dir eingestehst, ne. Also wenn du keine Kinder möchtest und du hast jetzt Bedürfnis nicht, dann ignoriere das. Aber es kann sein, dass das dann nochmal hochkommt und dass du das auch fühlst, weil einfach das, was du begräbst, es kommt irgendwann sowieso wieder hoch und es verändert sich, ne. Es bleibt stecken und das führt zu diesem, ja, zu diesem verhafteten Gefühl, dass wir nicht vorankommen. Und von daher kann etwas Schmerzhaftes hier nochmal hochkommen. Jetzt haben wir den König der Stäbe. Der ist so rumgefallen. Ich muss mal gerade schauen. Auf dem Kopf. Auf dem Kopf. Okay. Oh, okay. Für manche wird es tatsächlich so sein, dass ihr eine Beziehung loslassen werdet, von der ihr dachtet, dass mit dieser Person würdet ihr bis an euer Lebensende zusammenbleiben. Und ihr habt euch auch weiß gemacht. Also ich glaube, in dieser Beziehung stimmt schon länger etwas nicht. Wenn ihr sagt, nee, also ich bin so absolut glücklich in dieser Beziehung, dann auch wieder, das ist dann nicht für dich bestimmt. Aber ich glaube, unbewusst oder unterschwellig bemerkst du, dass in dieser Beziehung etwas nicht stimmt. Und es kann einfach nur sein, dass diese Person dich einfach nicht glücklich macht. Und es ist möglich, dass dir das aufgeht in der Zukunft, in den kommenden Wochen. Und du dir die Gefühle eingestehst. Ja, vielleicht sogar um deinen Geburtstag herum. Vielleicht passiert dort irgendetwas, was dir die Gefühle sichtbar macht. Und ja, möglicherweise ist das deshalb so schwierig und schwerwiegend für dich, weil du sehr viele Jahre mit dieser Person verbracht hast. Und vielleicht eben du dich fühlst, als hättest du dein Leben mit dieser Person verschwendet. Also für manche wird hier ein Loslassen einer Partnerschaft auf jeden Fall vor der Tür stehen. Und eine letzte Karte noch. Und dann haben wir das Ast der Kelche. Am Boden des Decks der Turm. Also hier, oder vielleicht lege ich es auch hier hin, damit ihr es sehen könnt. Das ist, ich weiß, es kann etwas schmerzhaft sein, gerade wenn der Turm jetzt hier auch am Boden des Decks ist. Das ist ja die übergeordnete Energie. Und das ist möglich, dass das hier tatsächlich sehr schmerzhaft ist, weil ihr erstens euch selbst eingestehen müsst, dass ihr etwas verdrängt habt. Das ist zum einen schon sehr, sehr schwierig. Aber zum anderen eben auch, weil ihr das Gefühl habt, ihr habt einen großen Teil eures Lebens dadurch vergeudet. Habt ihr nicht. Also so etwas ist nie dazu da. Und ihr habt euer Leben vergeudet, indem ihr das Leben lebt, wie es kommt. Habt ihr es nicht vergeudet. Aber ihr werdet feststellen, sobald ihr eingesehen habt und diese Trauer überwunden habt. Also hier geht es tatsächlich absolut ums Loslassen. Und vielleicht ist es auch jemand, oder sagen wir mal, eine Beziehung, die schon vor etwas längerer Zeit geendet hat. Aber ihr immer noch energetisch verbunden seid mit dieser Person. Also hier ist es dann auch tatsächlich das Loslassen der möglichen Zukunft, die ihr gehabt hättet. Und das kann auch wehtun. Aber ihr werdet nach diesem Prozess sehr erleichtert sein. Ihr werdet auch neue Hoffnungen sehen können. Neue Lichtblicke. Neue, wie ich schon sagte. So als hätte man die Fenster aufgemacht. In einem schönen Frühlingstag, wo die Luft sehr stickig war. Und dann macht ihr die Fenster auf. Und alles ist luftig. Es tut mir leid, meine Kassen spielen jetzt gerade miteinander. Und alles ist luftig und die Luft zieht rein. Ihr hört die Vögel. Also es wird auf jeden Fall eine Erleichterung sein. Auch wenn es im ersten Moment schmerzhaft sein wird. Wahrscheinlich. Okay. Also ihr Lieben, ihr schafft das. Ich drücke euch fest die Daumen, dass ihr das schnell durchleben könnt, überstehen könnt. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch etwas gegeben. Zumindest Hilfestellung. Wenn es jetzt auch nicht super, ja, super freudig war, sage ich mal. Aber auf jeden Fall, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch geholfen hat. Gerne einen Kommentar. Wenn es sich um das Thema dreht, natürlich gerne. Auch negative Sachen. Aber ich möchte bitte, dass die Kommentare auch positiv gehalten werden in meinen Kommentaren. Ja, und wenn das nicht passiert, dann werden die Kommentare auch gelöscht. Oder ihr bekommt einen Kommentar von mir. Und das wollt ihr auch nicht. Ich habe Skorpion Mond. Ich kann sehr böse sein. Und auf jeden Fall wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Ich danke euch, dass ihr da wart. Und ach so, wenn ihr mich noch unterstützen wollt, natürlich könnt ihr das. Schaut mal in die Infobox oder in den angepinnten Kommentar. Dort findet ihr alle Infos. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.